Ah, jetzt habe ich ihn. Das war noch der vom anderen Lied. Dieter ist hier! Wie bitte? Dieter ist da? Dieter, ich begrüße dich. Dieter, ich weiß, du hast ein großes Herz und du bist bestimmt im Urlaub und deshalb ist das Ding jetzt für dich. Mein Name ist Bosse und ich sitze hier gerade in Grömitz im Liegestuhl und ich muss sagen, ich habe mich die letzten 29 Jahre in meinem Leben eigentlich nicht so entspannt wie hier. Deswegen kommt alle nach Grömitz und macht hier Urlaub und kauft euch Eis und so. Ich mag Grömitz sehr gerne. Ich habe so ein bisschen Kindheitserinnerungen. Ich war mit meiner Oma früher mal so zwei, dreimal hier und habe jetzt vorhin nicht alles wiedererkannt. Aber da hinten ist so ein kleines Café, wo wir immer gesessen haben. Da haben wir uns vorhin verfahren, da habe ich mich gefreut. Ich finde Grömitz gut. Können wir singen? Ich hab' das immer geliebt, aber eben leise. Ich hab' das immer geliebt, aber eben auf ne ruhige Art und Weise. Liebe ist leise, denn Liebe ist leise, alles hier ist laut, Liebe ist kein Rotenroh, sie ist leise. Am allermeisten beeindrucken mich eigentlich, was Musik angeht, gute Songschreiber und gute Texter. Das letzte halbe Jahr war bei mir eigentlich so voll von Studioarbeit und ziemlich viel Songwriting auch für andere. Ich schreibe eine Menge Zeugs für andere und im Moment mache ich gerade mein neues Album und werde dann im September wahrscheinlich ein Studio geben und das aufnehmen. Und wenn es so um Musik geht, dann beeindrucken mich immer gute Texte und gute Typen, denen ich glaube, was sie singen. Heute sind wir zu zweit, das ist eigentlich schon was Besonderes, weil wir sind sonst eben fünf, manchmal auch sogar sechs Leute. Aber zu manchen Konzerten passt es einfach dann nicht aus der Bandkonstellation, weil wir haben alle viele Kinder in der Band. Jetzt sind gerade irgendwie Pfingstferien und zu manchen Festivitäten passt es sogar auch viel besser. Also in so einem kleinen Rahmen. Heute ist es ein bisschen größer, da wird man sehen. Es ist immer einfacher mit Schlagzeuger gegen so eine Menschenmasse anzuspielen. Manchmal ist es aber auch schön, weil man merkt, die Leute hören zu und verstehen die Texte besser und dann ist es glaube ich auch eine Chance. Endlich wieder nach Hause, endlich wieder zu Haus, die Haare voll Rauch, unsere Augen noch weint auf. Mein Name ist Bosse und ihr schaut meine absolute Lieblingssendung Holstein TV. Die werde ich nicht verpassen und ihr hoffentlich auch nicht. Ich komme hier mal laut, komm! Ich hab dich immer geliebt, aber eben heiße. Ich hab dich immer geliebt, aber eben auf ne ruhige Atemkreise. Ich hab dich immer geliebt, aber eben auf ne ruhige Atemkreise. Ich hab dich immer geliebt, aber eben auf ne ruhige Atemkreise. Untertitelung des ZDF, 2020